hallo zusammen viele von euch kennen unseren kanal wir vermitteln viel finanzwissen und heute wollen wir mal etwas anderes tun denn in der vergangenheit erreichten uns immer wieder fragen was macht evergreen eigentlich warum gibt es den kanal gibt es da noch mehr was hinter evergreen steckt und genau diese fragen wollen wir euch heute beantworten es geht um ein paar besonderheiten die uns abgrenzen von anderen finanzdienstleistern und mehr dazu erfahrt ihr heute nach dem intro hi ich bin even von evergreen aber was ist evergreen eigentlich evergreen ist nicht nur ein finanzkanal für basiswissen zu allen themen rund um finanzen sondern wir sind ein finanzdienstleister genauer gesagt ein form manager und digitaler vermögensverwalter vor manager wie der name schon sagt ist wir managen fonds publikums fonds oder auch spezial fonds für menschen nach nachhaltigkeitskriterien und evergreen selbst ist eine plattform auf der man diese fonds erwerben kann und seine eigenen bedürfnisse nach finanzanlagen vom notgroschen bis zur altersvorsorge befriedigen kann neben der vermögensanlage selbst den sparplänen und alles was damit einhergeht auf evergreen.de gibt es richtig coole features und eines davon ist die steuerautomatisierung was ist das ganze wie der name schon sagt man kann automatisch die möglichkeiten die der staat bietet steuern zu reduzieren nutzen jeder anleger jede anlegerin hat die möglichkeit 801 euro an kapitalerträgen pro jahr steuerfrei zu vereinnahmen wenn die kapitalanlage im zeitraum oder innerhalb dieses einen kalenderjahres veräußert wird und wir sorgen dafür dass das ganz automatisch passiert normalerweise kann man von dieser steuer von diesem steuerfreibetrag einmal profitieren das heißt nach zehn jahren anlagedauer kann man genau einmal 800 euro steuerfrei vereinnahmen wenn man das ganze jedes jahr machen möchte müsste man also jedes jahr verkaufen und gleichzeitig wieder kaufen und damit du dich darum nicht selbst kümmern muss machen wir das ganz automatisch für dich das bedeutet immer dann wenn gewinne aufgelaufen sind verkaufen wir deine kapitalanlage und in derselben sekunde kaufen wir sie wieder zurück zum selben kurs damit auch keine kursrisiken entstehen und somit ermöglicht es dir dass die steuer automatisierung diesen freibetrag jedes jahr bis zu den kompletten 800 euro auszuschöpfen statt nur einmal am ende der gesamten anlagedauer insbesondere für langfristige sparziele wie die altersvorsorge macht das ganze einen riesen unterschied ob ich das ganze eben nur einmal während der gesamten spardauer oder jedes kalender her nutzen kann wusstet ihr übrigens dass evergreen ein fondsmanager ist und kein einfacher vermittler von fremden produkten und dass das ganz bestimmte vorteile für euch hat fondsmanager bedeutet man managt die eigenen fonds ist also selbst für die geldanlage verantwortlich im gegensatz zur vermittlung von fremden produkten wie zum beispiel etfs oder anderen provisions basiert vermittelten fonds sind wir also verantwortlich für die kundengelder und zwar ganz direkt weil all das was wir hier machen spielt sich ab in unseren eigenen evergreen fonds ein weiteres richtig cooles feature sind unsere pockets verschiedene von euch kennen das vielleicht von anderen banken dort wo ihr euer girokonto habt da könnt ihr für verschiedene sparziele auch pockets anlegen das gibt es bei uns auch mit dem unterschied dass jedes pocket eine kapitalanlage ist bei der ihr den betrag beziehungsweise den ertrag und das eingegangene risiko selbstbestimmt und so könnt ihr zum beispiel für kurzfristige sparziele zum beispiel den notgroschen ein sehr niedriges risiko einstellen und entsprechend auch geringe erträge erwarten zum beispiel ein bis zwei prozent pro jahr und für sehr langfristige sparziele zum beispiel altersversorger oder die anzahlung für das traumhaus ein etwas höheres risiko einstellen und entsprechend auch höhere erträge generieren die dann bis zu sechs sieben oder acht prozent pro jahr gehen können übrigens wer evergreen mal ausprobieren will dem schenken wir 20 euro und zwar egal was ihr damit hinterher macht probiert uns einfach mal aus und mit etwas glück gewinnt ihr bis weihnachten noch mal 1000 euro obendrauf und zwar das ganze dreimal viel glück dabei wenn ihr fragen zu evergreen habt dann könnt ihr uns natürlich schreiben oder anrufen und im übrigen auch hier in leipzig ganz live und in farbe besuchen wenn ihr mehr zum thema von management kapitalanlage bis in die tiefen der finanzmathematik habt dann könnt ihr auch unsere form management sprechstunde besuchen und zwar virtuell person diese findet jeden letzten donnerstag im monat statt und wenn ihr die mal verpasst dann könnt ihr euch auch die aufzeichnung dazu anschauen die letzte dazu haben wir euch mal hier verlinkt ein weiteres video zu einem spannenden finanzthema findet hier gleich unten drunter vergesst nicht unseren kanal zu abonnieren bis bald und viele grüße aus leipzig